Der portugiesische Lorbeer Tico ist eine neue Sorte und seit kurzem bei baumlieferservice.de erhältlich. Die Tico sieht wegen ihrer Blätter der Zierbirne sehr ähnlich. Sie ist jedoch sommergrün und immergrün, was die Zierbirne nicht ist. Der Unterschied zum normalen portugiesischen Lorbeer ist, dass der Tico größere Blätter hat. Außerdem wächst dieser schneller und voller. Der Tico ist ganzjährig grün und eignet sich daher sehr gut als Spalier. Im Juni und Juli entwickelt der Baum schöne weiße Blüten, die ihn zu einem auffälligen Baum machen.